LASUK, SPENDA, MEIN FREUND! Tag. Ihr seid ein größerer Krieger, als ich erwartet habe. Entschuldigt, dass wir euch unterschätzt haben. Als Zeichen meiner Anerkennung schmiede ich euch Sockelfassungen an einen Gegenstand eurer Wahl. Und von nun an mache ich euch bei all meinen Waren die günstigsten Preise. Tja, Sockelfassungen, die kenne ich auch noch von früher. Mega geil, einfach mega geil. Da konnten wir schön einen Sockel reinmachen. Aber das behalten wir uns auch. Da weiß ich noch, dass man in jedem Schwierigkeitsgrad, konnten wir den behalten und dann später sockeln. Meine Sorge gilt den Männern, die auf dem Schlachtfeld von Bals Dämonen gefangen genommen wurden. Ich will nicht einmal daran denken, was aus ihnen geworden ist. Wenn ihr euch den Berg hinauf arbeitet, haltet nach meinen Soldatenausschau und bringt sie mir zurück, wenn ihr könnt. Das werden wir doch irgendwie hinkriegen. Ja. Ja, Deckert, ich bin da. Mach mal hier Identifikation. So, dann mal gucken. Schade eigentlich, dass man nichts behalten kann. Schade, schade. Aber, so ist das im Diablo-Business. Oh, vom Druiden sogar schon was Schönes. Na ja, muss weg, muss weg. Ich trenne mich so ungern von diesen Dingern. Aber weg muss weg. Ne! 27% bessere Chance, magische Gegenstände zu halten? Egal, 14% Energie, glaube ich, ein bisschen mit mehr Mana-Problemen rum. Aber, den will ich haben. Den will ich haben. Oh, hier, jetzt haben wir wieder ausgeglichen. 2 zu Mana. Nice! Voll geil! So, dann machen wir hier die Kiste auch mal wieder sauber. Zack, zack. So, mal gucken. Ja, das ist natürlich wieder sowas. Ne, das ist ja... Ne, ne, ihr wisst schon, wie ich meine. Guckt es euch an, das ist nicht schlecht. Ach, ich will so vieles behalten, aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Ist das ehrlich? Guckt euch meine Truhe an. Ich kann die zwei Sachen eigentlich nicht behalten. Ich suche schon keinen Platz mehr. Hm, ärgerlich, ärgerlich. Mache ich denn da? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist einfach nur ärgerlich. Aber, äger, ich verkaufte gnadenlos, jetzt wird verkauft. Zack, zack. Es tut mir in der Seele weh, aber ich muss es machen. Meine ersten Legendaries, die müssen verkauft werden. So, dann machen wir die Steine mal. Schauen wir mal, dass wir hier was hinkriegen, wa? So, einen haben wir ja wenigstens schon mal in hoch. Was ist das schon? Mehr geht nicht. Ja, da glaube ich, ich habe das hier mal ohne Ende, würde ich mal sagen. ETH, ETH, ETH und... Oh, dreimal ETH Rune. Reiner mit. Eine ETH Rune. Eine ETH Rune. Ort, Tier... Hm. Gut. Gut, gut, haben wir geschafft. Ja, ich weiß, Unordnung in der Kiste. Ich weiß, ja, ich weiß, sagt mir das noch nicht einmal. Macht mich nicht immer so fettig. Oh, Mann, oh, Mann. Oh, oh. Aua. Was ist das denn da? Extrem schnell. Wat? Eldridge? Wat? Ich wollte gerade lesen. So, hier haben wir nichts, ne? Ne, hier haben wir nichts. Wir werden pushen. Diablo wird gepusht. Ah, ne, Ball wird gepusht. Diablo ist ja schon down. Ja, da hast du ein Blitz abgekriegt, wa? Weil der Gedanke Blitz. Mehr Erfahrung nehmen wir natürlich mit. Ne? Achso. Mach die Tür rauf. So. Jetzt war es... Finden Sie die Soldaten im Eishochland. Ja. Da können wir hin. Eine Militärpicke. Ich komme mit der Tastaturbelegung und alles so auch noch nicht so ganz zurecht. Keine Ahnung. Ich bin da so noch ein bisschen einigerostet. Aber das kommt. Sind ja bis jetzt nur 29 Level. Ne, 26 Level, ne? 26 Level. Was ist denn hier los? Warum geht das nicht kaputt? Och, ich treff das kaum, hä? Das ist das Problem. Oh, ich treffe es echt kaum. Schlimm sowas. Ja, jetzt wird gefröstelt, Jungs. Ich trete alles kaputt, dumm. In eurer Bude. Oh. Ich glaube, es wird windig bei mir. Da ist das Tür zu geschlagen. Mensch, auf damit. Frieren anderen ein, du Arsch. So. Ja. Überbahn waren ja irgendwo hier verstreut, wenn ich mich nicht irre. So, was soll das denn? Ich muss ja mal sagen, Schaden macht er ja keinen da, ne? Ach, der, ja, ah, hier, oder? Jawohl, hier sind schon mal die Ersten. Oh. Oh, 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 oh. Da habe ich, äh, eine Schläge kassiert. Mensch, was kann ich mir merken. Außer, wenn ich tot bin. Jawohl, ein Level ab. Oh, stimmt ja, so explodiert, Viecher. Oh, ja. Komm, ich mach die fertig. Jawohl, ja. Zwei mal. So, haben wir die Ersten schon mal. Wetten wir sehen, noch zehn Soldaten. Na, okay. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So, das hin. Hey. Das war lustig aus. Dahinter fällt alles um und hier vorne die Tür kriegt nicht kaputt. Ich hab mal wieder klar. Ja, ich weiß, Mana, ja, Flasche und so, ja, ich weiß. Oh, man kann denn hier alles in Feuerball schmeißen. Mensch, kann man auch damit. Sowas tut mir auch weh, ne? Auch unbedingt einen Söldner von dem zweiten Akt wieder, eh. Ich hab da ja nicht. Vermiss ich ja jetzt schon, ne? Ach, wer hab ich nicht aus dem Turm hier geschossen, wa? Ey, das Skelett, was da hochgeschossen kommt. Uh, da bin ich. Na, komm. Na, komm doch. Die Dinger sind echt schwer zu treffen, wenn die die ganze Zeit beamen. Ich war eine Hunde. Der war nicht so fliegt. Machen wir auch nicht kaputt. So, komm, komm, komm. Das Magic Phone muss ich doch hier jetzt auszahlen. Guck dir das euch an, die jetzt hier mit dem Skelett. Uhuhu. Hm, total geil. Oh, 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 oh. Ein Questlock. So, fünf Soldaten noch. Da haben wir auf jeden Fall unten einen Weg, aber jetzt werde ich erstmal die Soldaten suchen, bevor ich da unten reingehe. Hier haben wir noch einen Mana-Tank, können wir gebrauchen. Oh, oh, oh. Tja, aber der ist da drüben, hä? Frösterlich. Komm mal her, du. Genau, macht die ganzen Türen kaputt. Mein Söldner ist fixiert auf Türen. So muss das sein. Der Türfetisch. So, wo haben wir denn die letzten Söldner? Oh, ein Ring. Oh, ein Fill. Hier lauft das Marek. Ein Saphir. Oh, was ist denn jetzt gerade los hier? Voll geil, voll geil. Ein Dolch, ne, den brauche ich nicht. Dem brauche ich ja nicht. So, komm, das Katapult muss kaputt gehen. Der Baum ist da oben. So, kaputt gehen wir mal mit der blösen Faust. Ja, sie war eingesperrt. So, aber wir brauchen alles eigentlich. Heiltränke und Mana-Tränke brauchen wir. Oh, Mann. Mal gucken, was man da draus zaubern kann. Vielleicht kriegt man ja da irgendwas gezaubert. Ach, hier ist ein Brunnen. Trinken wir mal leer, das Ding. Hey. Wer schmeißt denn sowas? So, das Ding ist schon mal kaputt. Da ist schon mal gut. Kann da auch keiner rein. So, du musst da kaputt gehen. Jawohl, jawohl. Ich glaube, ich muss gleich mal in die Stadt mir Mana-Tränke kaufen. Weil jetzt sieht es danach aus, dass die Flasche gleich leer ist. Ich glaube, hier auf Albtraum oder Hölle ganz bestimmt nicht zu stehen bleiben bei dem Feuer. Ich bin bestimmt die Hucke voll. Da haben wir doch Mana-Tränke. Wir können was verlängern. Ich bin bekannt vor, dass ich eine Wir Queen mir geführt. Wenn Sie uns besuchen, kommen sie zusammen. macht die tür auf normal erstmal die seite da sind sie die barbaren da haben wir so die barbaren ein amulett ein smorak mit türen hat der zauberer oder die zauberer so das hätten wir schon mal mit den barbaren wieder so was steht eine obi kehren sie zu quark zurück um die belohnung zu halten das werden wir tun wir laufen jetzt nur noch mal ein paar meter nach vorne da kommen wir dieses mal trinken wir mal so eine generation sagen wir sind ja nicht geizig ne willkommen verlob der knüppel aus dem sack he 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 ein ring ein ring das ist doch schön he 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 oh mein lieber Charlie der jungen von pieke so sieht also aus hier also ich muss sagen mit dem ein maler trank bin ich relativ noch weit am kommen war also die schon getrunken aber natürlich aber es fällt auch keiner mehr ich habe schon wieder ein halter ich dachte da ist recht so ein abnicht gesagt wollte ich sagen ich wusste dass einer fällt so das sieht doch schon mal relativ gut aus was in den leading 50 decke eine soll rune mega kraft geil habe ich die schon weiß ich gar nicht krass jawohl eine soll rune die soll wohl zu mir maler trank war einer tag ist auch schön kann man halter nehmen aber er hat hoch wie sieht denn aus man mit so einem weg punkt war wäre man nicht so verkehrt jetzt ist es kaputt aber ich dachte das wäre der wegpunkt gewesen oh eine elite die nun mehrfach schütze ok du machst gleich gar nichts mehr brecher diablo 3 sei ich nur leben wir brauchen leben und wir brauchen damit damit die ariath hoch ebene die ariath hoch ebene das wird man nicht so ganz viel versprechen bis auf die soll rune da hat mich gefreut hier haben wir noch manatrang nehmen wir natürlich auch mit wenn die jetzt schon so einen schaden machen was machen die denn auf alb daumen platze strecke aus allen nähten ein diamant da kommen treffen doch ja wohl viel schaden macht dann nicht viel schaden ist dann nicht mehr beim söldner ja habe ich ja noch ich treffe das dinge einfach nicht jetzt geh mal weg hier wird nicht jetzt treffe ich oder ein bisschen komisch die teile ja Untertitelung des ZDF, 2020